Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5152 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Können Sie Ihre Frau nicht überreden, ins Krankenhaus zu gehen? Das ist sehr wichtig. Können Sie Ihre Frau nicht überreden, ins Krankenhaus zu gehen? Das ist sehr wichtig. Können Sie Ihre Frau nicht überreden, ins Krankenhaus zu gehen? Das ist sehr wichtig. Bei der Theateraufführung zeigen wir unsere Superkräfte. Das Publikum ist begeistert. Bei der Theateraufführung zeigen wir unsere Superkräfte. Das Publikum ist begeistert. Bei der Theateraufführung zeigen wir unsere Superkräfte. Das Publikum ist begeistert. Mein Café ist jetzt geöffnet. Ich hoffe, dass heute viele Gäste kommen. Mein Café ist jetzt geöffnet. Ich hoffe, dass heute viele Gäste kommen. Mein Café ist jetzt geöffnet. Ich hoffe, dass heute viele Gäste kommen. Die Wand soll eine neue Farbe bekommen. Blaue Farbe passt gut zu diesem Raum. Die Wand soll eine neue Farbe bekommen. Blaue Farbe passt gut zu diesem Raum. Die Wand soll eine neue Farbe bekommen. Blaue Farbe passt gut zu diesem Raum. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Meine Firma hat mir einen größeren Wagen zur Repräsentation zur Verfügung gestellt. Alle waren froh, dass der Umzug so schnell ging. Auch eine handwerkliche Ausbildung kann geeignet sein, um als Energieberater zu arbeiten. Ich bin gespannt, was du mir zu erzählen hast. Warum kümmerst du dich nicht um diese Dinge, bevor wir die letzte Mahnung bekommen? Warum kümmerst du dich nicht um diese Dinge, bevor wir die letzte Mahnung bekommen? Diese alte Kaffeekanne habe ich auf einem Flohmarkt in unserer Nachbarstadt gefunden. Diese alte Kaffeekanne habe ich auf einem Flohmarkt in unserer Nachbarstadt gefunden. Diese alte Kaffeekanne habe ich auf einem Flohmarkt in unserer Nachbarstadt gefunden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und Und Untertitelung des ZDF, 2020